Stecken die EU und der Euro in der Krise? Was soll und kann gemacht werden? Die EU plant ein neues grundlegendes Gesetz, den Vertrag zum sogenannten Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM, die Schuldenunion. Der Entwurf für den ESM-Vertrag legt den deutschen Bundestagsabgeordneten vor. Das Grundkapital beträgt 700 Milliarden Euro. Ich frage mich, wieso eigentlich 700 Milliarden? Woher kommt diese Zahl? Wer hat sie errechnet und auf welcher Grundlage? Die ESM-Mitglieder sagen hiermit bedingungslos und unwiderruflich zu, bei Aufforderung jeglichem Kapitalabruf binnen sieben Tagen nach Erhalt dieser Aufforderung nachzukommen. Ich frage mich, nichts. Das habe ich verstanden. Wenn der ESM ruft, dann muss es schnell gehen. Immerhin sieben Tage. Bei den normalen Bankenlaufzeiten müssten wir also innerhalb von vier Tagen den Überweisungsträger ausfüllen. Das ist zu schaffen. Nur vielleicht, was heißt bedingungslos und unwiderruflich? Wenn ein neues Parlament gewählt wird, das den Transfer zum Beispiel nicht mehr will, das geht dann also nicht mehr? Der Gouverneursrat kann Änderungen des Grundkapitals beschließen und Artikel 8 entsprechend ändern. Ich frage mich, wie bitte? Die 700 Milliarden sind also nur der Anfang? Der ESM kann also beliebig nachfordern. Unbegrenzt. Und wir sind dann, siehe Artikel 9, bedingungslos und unwiderruflich verpflichtet zu zahlen? Der ESM verfügt über volle Rechts- und Geschäftsfähigkeit für das Anstrengen von Gerichtsverfahren. Der ESM, sein Eigentum, seine Finanzmittel und Vermögenswerte genießen umfassende gerichtliche Immunität. Ich frage mich, der ESM kann selber klagen, aber nicht verklagt werden? Ich frage mich, befreit von Zugriffen durch Gerichte? Das hatten wir ja eben schon. Aber auch unsere Regierungen, unsere Verwaltungen und unsere demokratischen Gesetze, alle macht- und rechtlos gegen den ESM? Ganz schön mächtig, dieser ESM. Die Gouverneursratsmitglieder, Direktoren und Stellvertreter und das Personal genießen Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer Handlungen und Unverletzlichkeit ihrer amtlichen Schriftstücke. Ich frage mich, und wer da mitmacht, ist fein raus? Keine Verantwortung? Niemandem gegenüber? Und unverletzliche Schriftstücke? Heißt das, dass wir die nicht kaputt machen dürfen oder gar nicht erst einsehen? Eine neue Behörde, an die wir mit sieben Tagesfrist unbegrenzt unser Vermögen abliefern müssen, wenn die das wollen? Die Behörde kann uns verklagen, wir sie aber nicht. Alle Beteiligten genießen Immunität. Es gelten keine Gesetze? Keine Regierung kann etwas unternehmen? Europas Staatshaushalte in einer und noch dazu nicht gewählten Hand? Ist das die Zukunft Europas? Ist das die neue EU? Ein Europa ohne souveräne Demokratien? Wollen Sie das? Wollen Sie das?